hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge in mister autofire heute werden wir tatsächlich mal hier eine von diesen events spielen sonst habe ich ja immer nur den normalen modus gezockt aber ich hatte jetzt auch mal bock auf so ein event wir könnten jetzt hier das hier vorne spielen drei versuche verfügbar aber heute machen wir erst mal das boch boss wochenende wo man auch schön coins verdienen kann ich würde sagen wir starten direkt rein und versuchen unser glück ok noch kurz was downloaden kein problem und dann rein da ich weiß nicht wie es funktioniert aber wir bekommen auch fähigkeiten und wir bekommen direkt sogar die beste fähigkeit gucken und schnell eine werbung an und wir bekommen maximale gesundheit für die werbung gibt besseres aber auch schlechteres aber wir können uns direkt noch eine werbung weil ich endlich mal einen secret raum entdeckt habe ok und wir bekommen dafür coins 450 ist nicht schlecht aber hätte ich auch noch eine fähigkeit bekommen wäre es natürlich ziemlich gut gewesen aber mit coins bin ich auch zufrieden und wir gehen in die erst in den ersten raum ok das sieht direkt kritisch aus für mich ich muss ja auf jeden fall mir mühe geben und hoffen dass ich irgendwie mal hier was gut hinbekomme und das hier nicht in dem ersten raum sterbe das wäre ganz cool ok wir haben es noch überlebt ich hatte zwischendurch echt angst dass ich das nicht schaffe wir machen mal die todesflamme lebensentzug weiß ich nicht und auch die die flamme jetzt alles ist nicht so nützlich glaube ich hier weil wir sowieso nicht so viele gegner haben also immer nur bosse und gegen die müssen wir dann gewinnen ok ok das war jetzt gerade nicht so schwer den schüssen auszuweichen ok das scheint noch easy zu sein weil lebensentzug bringt natürlich nur was wenn man viele gegner besiegen muss dauerfeuer ok ok dauerfeuer machen wir jetzt einfach mal aber man muss still stehen dafür deshalb so viel kann das gar nicht bringen alter was ist das hier alles ist nicht so gut von den fähigkeiten gerade wir machen mal das hier und jetzt bleiben wir mal still stehen ok ich hätte nicht still stehen bleiben sollen habe ich einen hit kassiert dafür passiert lol was ist das für ein kranker boss auch aber er ist relativ schnell da und ja das ist natürlich dann gut okay wir erhöhen noch mal die angriffsgeschwindigkeit bis jetzt nicht noch gar nicht zufrieden mit den fähigkeiten die wir bekommen aber eine werbung kann natürlich auch reichen helfen so wir haben noch mal maximale gesundheit bekommen sehr schön und noch mal maximale gesundheit so muss das mal sehen ob man hier haben wir müssen jetzt erstmal wieder hier raus mal sehen ob man hier auch ok ja so wird man bestimmt nichts bekommen da oben noch irgendwie ein secret place ist wollte ich schauen eigentlich so über also da wo man genau ich glaube nicht dass da oben was ist ich hoffe dass da nichts ist so und jetzt noch schnell die gegner besiegen das habe ich nicht gecheckt dass oben dieser boss ist der so sprintet wir haben uns oft hitten lassen dumm von dem oder dass der der hat es echt gut gemacht aber wir haben überlebt und das ist die hauptsache okay wir töten den gegner auch noch let's go und bekommen jetzt mal eine fähigkeit alles ist noch nicht so mein mein geschmack aber also nicht alles die erste fähigkeit die wir bekommen haben ist natürlich die beste ever die sind so schnell die bosse hier die sprinten einfach auf einen zu hat schon richtig schiss aber wo was hat der für eine kranke fähigkeit das wusste ich nicht dass der so einen riesen strahl so einen übertriebenen riesen strahl hat aber den kann man gefühlt nicht ausweichen na gut man kann ihm doch ausweichen sehr gut der hat leider so ein bisschen deckung da unten das ist ein bisschen nervig wir sollten vielleicht runter gehen dann kann ich den besser hätten ja jetzt haben wir bestimmt gleich ich sehe den gar nicht mehr ja der ist tot let's go was verbessert das dauerfeuer ja dauerfeuer ist bestimmt gut weg also wir greifen immer schneller an das ist ja auch nicht schlecht wir greifen jetzt schneller an als sonst zumindest viel schneller als sonst zumindest das ist jetzt ein bisschen schwer sich auf beide gegner zu konzentrieren sich einerseits zu merken wo der an eine hinschießt aber auch gleichzeitig den anderen seinen schüssen auszuweichen ist jetzt ein bisschen kritisch gerade scheiße was geht hier ab egal wir haben es bald zumindest den einen haben wir bald getötet und dann kriegen wir schön leben dazu deshalb ist das gar nicht so alter wo kam der schutz kam ja keine ahnung wovon deshalb ist das gar nicht so übertrieben schwer also es ist schon noch schwer aber nicht so krass schwer so streuschüsse sind cool stromschüsse sind auch ganz nett feuerschüsse auch ich würde sagen wir gehen auf die feuerschüsse zu sagen wir keine abrallschüsse haben oder sowas bringt uns der streuschuss nicht wirklich aber jetzt erstmal eine werbung aha wieder maximale gesundheit ich glaube wieder also einmal haben wir es glaube ich auch bekommen schon so hier gehen wir kritische schaden chancen erhöhen ich weiß nicht ob es vielleicht besser gewesen wäre auf heilen zu gehen aber wir riskieren ist und hoffen dass wir das boss level hier auch schaffen und shit das sind die beiden bosse aus der letzten welt die wir geschafft haben der eine boss ist eigentlich nicht so schwer der andere wiederum schon sehr schwer und die zusammen töten mich jetzt gerade ziemlich also gegen den einen habe ich relativ habe ich eigentlich jedes mag glaube ich gewonnen aber gegen den hier mit den zielsuchenden schüssen der ist also beide haben zielsuchende schüsse der der jetzt tot ist den hatte ich für den habe ich lange gebraucht aber wir haben es geschafft und bekommen immer noch keine fähigkeiten die mir so super gefallen wir machen verwässerte feuerschüsse einfach mal und hoffen dass wir wieder erfolgreich sind okay der eine hat eine extrem kranke fähigkeit mit diesen raketen und der andere ist auch nicht wach wir müssen hoffen dass wir schnell genug die gegner töten wo was geht hier ab es ist auch einfach zu viel man kann sich gar nicht auf alles konzentrieren was hier angeflogen kommt den einen gegner haben wir und den anderen einfach auch let's go sage ich nicht nein zu machen verteidigung höher wir sind ganz gut am durchziehen bekommen auch die ganze zeit coins das ist sehr gut dann können wir uns noch mal ein bisschen verbessern für die normale map auch nur leider bekommen wir jetzt keine nicht mehr schaden machen nicht mehr abrallschüsse oder so damit wir auch die gegner mal ein bisschen so ins schwitzen bekommen wie die uns die ganze zeit ins schwitzen bekommen werden sehen ob ich es schaffe überhaupt ich habe glück dass ich jetzt gerade das schutzschild hatte das sich irgendwie auflädt nach einer zeit ansonsten wäre das hier sehr kritisch gewesen so aber wir haben es bald noch ein bisschen also es ist echt gut dass man hier auch immer leben bekommen von den bossen wie bei lebensentzug nur tausend mal besser wir verbessern das dauerfeuer aber ich kann halt nicht stehen bleiben meistens deshalb bringt das nicht so viel na gut es ist schon krass das dauerfeuer aber es ist halt riskant stehen zu bleiben okay ich bleibe lieber nicht mehr stehend auch wenn das dauerfeuer echt gut ist alter wie fliegen denn die schüsse von dem das kannst du keinem erzählen oh no oh no oh no oh no na ich sterbe das war's zu krass egal war ja mal eine geile erfahrung hier das erste mal ein event gespielt und ich weiß nicht bis zu welchen raum wir gekommen sind zumindest zu raum 6 das hat uns noch mal 1000 bonus gegeben ich würde sagen das war's erstmal mit der folge lasst gerne ein like und abo da ciao bis zum nächsten mal